Willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Folge Star Wars Battlefront 3. Und ich sehe gerade, dass wir gar nicht unser übliches Load auswählen können. Nee, ist doch nur das Vorgegebene. Mitarbeiter ACC Akut. Hallo. Und wir müssen nochmal Überleben spielen, denn die ganzen Server von Star Wars, die spinnen rum. Und wir brauchen allerdings Folgen. Und wir haben leider, ich habe leider an keinen anderen Tag Zeit, noch was aufzunehmen, außer heute. Da bei uns gerade bei 99 Damage, für den, den es interessiert, die ESEA ESL Finals Season 2 laufen. Und die gehen immer bis 5 Uhr morgens und weiß Gott was, oder beziehungsweise 5 Uhr morgens startet das letzte Spiel. Und ja, da müssen wir halt alle irgendwie dabei sein und fit sein. Oh, und deswegen können wir jetzt, das ist so zeitlich ein bisschen eingeschränkt halt. Ich warte immer noch auf ACC Akut. Ja, ich bin jetzt fertig. Ah, okay. Hast du jetzt genommen Ion Torpedo, oder? Ich habe den Torpedo genommen, weil die, äh, weil die, äh, ATSTs kommen ja da. Ganz schön häufig. Ja, und deswegen müssen wir jetzt halt ein bisschen so daddeln. Aber das kriegen wir schon hin. Naja. Und das haben wir ja auch noch nicht so wirklich geschafft. Das Drehende. So, wo kommen sie denn? Wo kommen sie denn da? Ich kann die ja gar nicht markieren. Okay. Von der Mitte kommen welche. Da ist auch so ein komischer Droide. Der ist down. Ähm, von links glaube ich. Ich habe jetzt mal diesen DL-44er Blaster genommen. Jo, mach das mal. Ich habe den 21B genommen. Jo, da der ja eh so gut ist. Ist irgendwie ganz komisch, so ohne Musik, ne? Ja. Audio. Ich mache mal Musik an. So. Da kommt mehr Tragik rein hier. Juhu. Äh, von links kommen wieder einige. Ja, die Hoffnung ist halt, dass wir uns ein bisschen besser anstellen mit der steigenden Erfahrung, die wir ja jetzt gesammelt haben. Also, ich glaube es zwar nicht, aber man kann ja mal hoffen. Ach, mit dem Blaster geht das schon ganz gut. Ein Gegner noch. Du kommst ja in diesem Blaster gut zurecht, ne? Ich jetzt nicht so richtig, wenn ich ehrlich bin. Kannst du dich ein Stück lauter machen oder, oder dir ein bisschen Heroin spritzen, dass du ein bisschen motivierter wirst? Also, eins von den Sachen so, äh, wäre cool. Ah, jetzt kommen die Teile wieder. Ach, scheiße. Ja, dann gehe ich mal. Soll ich in einen Laser reingehen? Äh, ja, na klar. Irgendwas wäre nicht. Ja, weil, du bleib mal da irgendwie. Ich bleib unten irgendwo hier, ja. Jo. Guck mal, ob ich die diesmal besser treffe. Oh, die sind bei dem Versorgungsding, ne? Jo, jo, jo. Bin dran, bin dran. Jo. So. Wie ich mal treffen würde, ey. Okay. Einen hab ich kaputt gemacht. Achso, du warst das. Jo. Dacht schon, dir der Verhängung gegen. Ne. So, einer down. Frisst mich doch nicht ab. Ah, der auch down. Oh, der andere auch down. Sehr gut. Geht doch. Ich komme mal wieder dahin. Jo, der ist gleich durch hier. Kommen jetzt die AT-STs? Oh, dahinten. Äh, weiß ich gar nicht, Mann. Äh, ich hole mal, ich glaube, ich hole mal das Herz, ne? Jo, hole mal das Herz. Das ist wichtiger erstmal. So, ich habe einmal Trupp-Schild, das vergas ich gleich hier. Und Blaster-Kanone. Oh Gott, die kommen schon. Verblanle ich mal hier hin. Und links war irgendwas. Oh, und eine intelligente Kanone. Boah, fuck, Mann, ey. Ich war schon fast... Oh, nein, Mann, 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 Mann. Shit, weg hier. Oh, mein Gott. Nein! Wo schießt der denn noch auf mich? Oh, scheiße. Oh, egal, Mann, ey. Äh, ich sterb gleich. Äh, ich war auch schon fast tot. Jo, ich bin down. Ach Mist. Oh Mann. Leben investieren. Auf geht's. Na ja, wir haben ja gerade ein Herz eingesammelt. Ein Gegner, der da rechts zu dir kam, ist down. Oh, ja, bei mir ist doch... Ah, der ist auch down. Ach, du bist da hinten, Alter, ey. Ja, ich musste hier abhauen, weil wir da... Okay. Dann gehen wir wieder nach oben, falls gleich wieder... ... die AT-ST kommt. Oder... ... die TIE-Fighter. Ah, jetzt kommen die... ... die Sniperrinos. Okay. Wir zogen natürlich wieder auf schwer, damit wir richtig auf die Fresse kriegen. Ach, jetzt gibt's doch nicht, du Hure. Hm. Okay, du gehst da wieder, dann bleib ich hier. Oh, ich sitze mich mal kurz an dem Blaster. Ach, die scheiße Drohne, Mann. Da braucht zwei. Oh. Oh, heißt das, was ich heute zum Mittag gegessen hab? Nope. Currywurst. Oh, was? Das was, goh. Das ist auch nicht, der ohne Drohne. Ja, das ist auch nicht schlecht, so, ja. Currywurst. Oh, ja. Okay. Jetzt müssen wir aber langsam mal die AT-ST kommt, ne? Versorgungskapsel auf jeden Fall. Oh, direkt, ja, muss man nicht direkt hin. Ja, definitiv. Aber das ist auch nicht. Geh mal hin, guck mal. Und ich schau mal. Achso, warte, ne, den AT-ST mit dem Turbo-Laser macht überhaupt keinen Sinn gehabt. Ne, das hat ja irgendwie nicht geholfen, ne? Torpedo beim AT-ST? Ne, der Torpedo schon, aber nicht der Turbo-Laser. Ne, der, ja, da konntest du nicht überall hinziehen mit dem Ding. Oh, da hinten ist er. Ach, TIE-Fighter auch noch, okay. Oh Mann, ich muss hier weg. Ich kann noch nicht in den Geschützturm rein. Oh, ja, ich komme auch mal hoch. Oh mein Gott, nicht ein Schocktuch. Der ist doch, lass den mal kommen, lass den mal kommen. Der ist down. Ich hab mich schnell versteckt. Äh, der Pod wird geclaimed. Ja, ich kann gleich um einen, wenn du willst. Jetzt, ich geh wieder hin. Aber der AT-ST ist, ist der nicht da hin? Jo. Ach, die TIE-Jäger haben mich kaputt gemacht. Der eine, ähm... Dann scheißen wir einfach auf den Pod. ...AT-ST ist fast down. Wir haben kein Herz mehr, ne? Oh mein Gott. Der ist doch mal, der kann ich hier nicht wegrennen. Bist du da? Der kommt ein roter... Nee, nee, nee. Scheiße. Ähm... Jo, ich versuche halt irgendwie den AT-ST kaputt zu machen. Wofür kam das denn her, Mann? Ist der andere AT-ST down? Ja, der eine ist down. Ich geh mal in den anderen Turbo-Laser rein. Ich kann aber nur auf den AT-ST scheiße schießen. Mann, verpisst euch. Ja, konzentrier dich, konzentrier dich auf die TIE-Fighter oder so. Ja, 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 ja. Nice. So, TIE-Fighter. Ich stecke mich noch kurz vor denen. Der erste kriegt eine Rakete. Ich weiß nicht, ob ich treffe. Ja, einer ist kaputt. Okay, dann geh ich jetzt in den Turbo-Laser rein. Beide links geflogen, ne? Ja, ja. Ich seh's schon. Einer down? Klopp, äh, Klopp sag ich schon. Den Potter-Mobbelor, ne? Ja, ja. Ähm, nur noch einer da. Ja, und der andere kriegt auch gerade eine Rakete. Jo, ist down. Alles klar. Und jetzt könnten wir jetzt auch mal wieder gebrauchen. No, wäre nicht schlecht. Oh ja, da ist eins. Nice. Schön bei uns hier oben. Sehr gut, sehr gut. Jupp. In dem Fall, dann kann man halt auch mal auf so'n, äh, Dings da scheißen mit den Extras. Macht ja keinen Sinn, wenn wir dann beide immer abkratzen. Ja, definitiv. Ähm, so, was kann man jetzt nochmal? Achso, einer, der hier so schnell lebt. Ja, dieser... Mit dem Jetpack, ne? Ja, genau. Wir sind auch Sniperinos, sind auch mit am Schlüssel. Ja, ich glaube schon. Hey, komm, weiter mit dem Schutzschild hoch. Zwei mit dem Schutzschild. Oh, fuck. Komm zu dir. Von rechts. Jo. Ich komme zu dir. Ich muss mich kurz verstecken. Verpiss dich mit dem Schutzschild, Mann. Ja, der ist auch down. Da ist noch einer down. Ja, der ist bei dir. Ja, ich glaube, der letzte ist bei dir, oder? Ja. Jo. Geht doch. Puh. Ja, mit den TIE-Fightern, das ist halt schwierig, ne? Ja, ne, was ich halt scheiße finde, ist TIE-Fighter und ATS-T und noch irgendwelche Bodentruppen. Und da dazwischendurch mal nur Bodentruppen halten. Und was ich auch vieles finde, im Multiplayer ist der, ist der, ähm, der Turbolaserturm weitaus stärker als jetzt hier. Ja. Zwei Druiden down schon mal. Und hier kommt so'n Dicker. Stürfst du mal, oder das? Kommt zu dir, kommt wieder so einer mit dem Schutzschild. Ja. Von mir aus. Von meiner Seite. Und bei mir sind auch zwei. Oh, da ist jese. Einer down. Ein Gegner noch. Ist das bei dir, oder was? Ja, ja, ist down. Schön, schön. Ja, mit dem Blaster geht das halt echt gut. Was? Wires? Was, was? Ne, was hat er gesagt? Ne, dieser Pod. Ach so. Ich geh mal hin. Ist der bei dir? Okay, danke, du mal rin. Versuch, den mal hier zu verteidigen, dann. Guck mal erstmal, was jetzt kommt. Ich geh schon mal zum Turbolaser in die Idee. Ja, ETS-T ist mit am Schlüssel. Oh ja, zwei, komm da. Ich hab schon mal einen getroffen. Oh ey, die TIE Fighter kommen auch, da geh ich lieber auf. Ach, ich hätte aussteigen sollen, ich Idiot. Hab ich das Leben gewastet, ey. Fick dich doch ins Knie. Alter, weißt du, wo ich spawn? Ne. Ähm, dort zwischen den ETS-T's. Lol. Was ist das denn für ein Spawn-Punkt, Mann? Ich hab nur 6 AP. Ja, easy, Alter. Sorry, du musst jetzt gerade alleine durch. Ich versuch's. Mann ey, diese TIE Fighter noch. Oh nein, falsche Tasse gedrückt. Oh mein Gott. Oh Mann. Deswegen wollte ich halt nicht gerade raus. Vor allem, der braucht so lange, bis der wieder aufgeladen ist. Ja, das macht halt... Scheiße. Wie viele Gegner hast du noch? Keine Ahnung, Mann. Zu viele? Du musst halt erst versuchen, die ETS-T's irgendwie loszuwerden. Ach, fuck, jetzt... Schade. Das ist so schwierig, ey. Ich hab schon wieder auf die Schnauze bekommen. Ja, leider. Hm. Ja. Kann man nichts machen. Nächstes Mal versuchen wir's nochmals. Und ich hab der Map auch eine andere Map. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis dennchen. Ciao, ciao. ARD Text im Auftrag von funk Untertitelung des ZDF, 2020